George sucht Badens Supertalent und ich habe gefragt, Jackkin, was kannst du denn überhaupt besonders gut ist? Ja, auf den Fuß, auf den Kalten, hat sie mich erwischt, die Frau Schale mal wieder, ja. Ja gut, ich habe vor 20, 25 Jahren als kleiner Teenager Breakdance gemacht, ja. Ich kann das aber jetzt nicht mehr. Aber den Moonwalk, den kriege ich noch hin. Dann los! Okay. Ich kann das nicht mehr.